Als Deutsche Telekom ist ja unser Ziel, den Infrastrukturausbau voranzutreiben. Und da sind wir natürlich angewiesen auf externe Partner und natürlich auf Kommunen. Und da wäre eine der großen Verbesserungen, die wir als Deutsche Telekom sehen, dass wir einen unbürokratischeren Weg einschlagen könnten, was das ganze Genehmigungsverfahren angeht. Das wird uns beim Netzausbau wesentlich weiterhelfen, um schneller und effizienter zu werden. Die Infratech war sehr interessant für uns. Einmal, weil wir sehr viele Kontakte knüpfen konnten. Auch mit Firmen, die wir so gar nicht angesehen haben als direkten Partner für uns. Wir haben hier sehr viele innovative Techniken gesehen und fanden wir sehr spannend als Team und würden die Messe auch sehr gerne ein zweites Mal besuchen. Und das ist die Geschichte im letzten Fall. Und das ist die Geschichte im letzten Fall. Let's get went, bitte, ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Minuten, aber das war natürlich alle, nicht ein paar Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020